so lilo und willkommen zurück zu einem neuen let's play minecraft ja wir gehen holzfäller rennen holzfäller rennen und werden uns hier noch stellen ach so ich habe mir schon erst gemacht ach ganz vergessen so da wenn wir noch kekse schnabulieren ja und hier den wald mal schön eins nach dem anderen zu kleinholz verarbeiten also wie schon gesagt ich das was ich jetzt mit habe das sind dann also die dreieckste die will ich komplett abgewirkelt haben das heißt ich gehe jetzt nur ich gehe erst dann zurück wenn ich kein werkzeug mehr habe und dann sehe ich mal wie viel stecks holz ich habe ich glaube wird dann wahrscheinlich eine zeit lang reichen so soll es ja auch sein ach so das ist ein mörderbaum dann haue ich den stamm weg und hier den ast weg den stamm weg schauen wir was überbleibt ja was machen wir denn mit dem ganzen holz also als allererstes werde ich mir natürlich die brücken bauen die ich mir vorgenommen habe und dann werden wir sehen was wir dann machen mal gucken vielleicht schleiche ich mich dann wieder in die mine runter aber ihr werde ich dann ein bisschen über tage bleiben ja ja doch schon und ein paar sachen bauen so der erste der rest und ersten ist jetzt weg und weiter geht's ach mal sehen wie lange wir hier überhaupt brauchen vielleicht schaffe ich das sogar an einem tag naja naja glaube ich will er nicht schöne steinhaufe 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 steine schauf feld verheizen wir sind zombie gestorben also nicht der zombie sondern ein zombie die 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 db 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 d so ein schönes wo das jetzt auch schön sie hier werde ich auch mal noch was bauen fast genau dass ich hier mal alles weg holz alles weg holz ist wieder so ein großer baum ach das mag ich überhaupt nicht hier die großen latschen da das ist eigentlich gar nicht so weit weg jetzt hier in diesem zustand wo ich jetzt schon graben abholzen kann am anfang habe ich habe ich mir die zepplinge mitgenommen aber die werde ich jetzt dann auch mal hier weg graben bei mir geht doch alles rechnet weiter hier lassen wir mal lassen wir mal zu stehen habe ich den knochen mit nehmen ich weiß nicht geht das eigentlich noch ich weiß man kann pilze nicht mehr setzen früher also in einer früher in vorherigen minecraft version war es ja so wenn man einen pilz mit bonemeal also mit knochenmehl beschüttet hat kann man riesen pilz raus wie es auch auf den pilzinseln wo auch die pilzkühe leben wie die da wachsen wo man dann keine ahnung 20 pilze aus einem pilz rausholen konnte das finde ich war immer recht nett war eine recht gute ernährung ja ich musste kurz etwas wegschieben auf meinen tisch an das tolle ist auch wenn wir hier viel abholzen wir bekommen auch essen wieder sag mal was ich jetzt nicht unbedingt notwendigerweise jetzt brauche aber später wenn wir mal ein bisschen gold haben und wenn wir besiegen wollen wenn ich sind goldene äpfel gar nicht mal so schlecht oder generell ender drache bla 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 wenn wir alles noch machen hier auf dieser map oder auf dieser welt einfach jetzt mal hacken 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 kann man kann und da schaue ich nicht was für eine art von holz einfach einfach nur hacken alles muss weg und die mörder ist ast baume braun baume hast bäume welche einfach abholzen ab wackeln meine ich natürlich man sollte sich zuerst überlegen was man sagt und dann quatschen wegen dem let's play together wo ich euch im letzten part schon erzählt habe weiß ich immer noch nichts aber schon gesagt ich weiß ja nicht wenn ich das upload es kann so was sein dass ich das ist nach anfang des let's play together aufnehmen upload ich habe gerade so viele let's place zu machen und das macht alles so viel spaß da kann minecraft fast gar nicht mithalten aber nur fast minecraft kann immer mithalten fp also ob ich hier aus dieser holzfelle also ob ich hier noch was besseres macht weiß ich noch nicht später mal sicher weil ich hier sicher einen wifi fahren werde 5 möchte stuff mag ich recht gern hier was bauen da was bauen bis hin die mapper kunden in verschiedene biome reisen aber du musst doch schon zuerst bei mir vorne alles in ordnung sein in ordnung in dem sinne schon ein paar sachen erledigt und so hier geht es weiter ist jetzt vielleicht nicht so spannend zu sehen wie ich hier holzkloppe aber man kann ein paar sachen jetzt dazu erzählen was fällt mir denn alles so ein ich habe jetzt in letzter zeit mal ein paar weise sprüche angelesen im internet die ich teilweise recht witzig finde und zwar stand ein spruch ich finde den wirklich sehr weise also das sind jetzt sprüche die man versucht zu verstehen zu erklären aber irgendwie kommt man auf nichts aber es klingt intelligent nachts ist es kälter als draußen okay ja nachts ist es kälter als draußen ja okay oder oder was gab es da noch ein baum wächst nie so hoch wie seine wurzeln tief ich kann nicht mehr so viele sachen ein aber ich kann ja hier wenn ich holzkloppe witze erzählen ich bin ein guter witze erzähler fährt ein auto um die ecke ist es weg mysteriös sieht doch schon ganz nice aus er war bis hierhin war alles voll mit wald jetzt ist ja auch schon wieder flachland ach ich könnte ja ein bisschen tropenholz auch gleich mit nehmen dann muss ich aufpassen dass mir meine eisenachste nicht flöten geht haben ich schon ein paar stecks dreieinhalb und schön schlafen gehen ach nee tropenholz habe ich ja eh noch scheiße auf tropenholz ich mache mich noch schnell die zweite axt habe ich denn hier alles mitgenommen holz wieso muss ich dann alles wieder mitnehmen das kann hier bleiben auch die kekse die sammeln und die setzlinge so und weiter geht's mit let's play minecraft abholzen äpfel habe ich dann schon 7 sagt also so dass man ist das was ich meinte wenn ich mal äpfel brauche habe ich dann nämlich keine mehr wenn man da nicht von anfang an mitdenkt sowas hat einfach mitnehmen das ist finde ich es ist nicht das problem hier ähm die äpfel aufzubehalten jetzt in diesem zustand wo ich mich jetzt schon befinde und der zustand lautet ähm genug essen essen wirklich genug viel zu viel sogar und hündchen münchen süß ach ja ach ich weiß schon das nächste gebäude das ich bauen werde das ist ganz gut ganz ganz klar was ich da bauen werde zuerst welches feld erweitern und dann werde ich mich um einen stall kümmern ach und da habe ich auch schon vorstellungen wieder aussehen muss da habe ich schon gute vorstellungen wieder aussehen muss das wird toll der stall wird cool macht euch da auf was gefasst so dann so dann der wittelt der wittelt der wittelt ähm kurz ein bisschen sound leise drehen ähm so achem jo gibt es irgendwas noch zu erzählen was kann ich denn erzählen es ist wirklich schwierig neben dem holz kloppen denn zu holz kann man nicht viel erzählen ich kann ich nicht was soll ich denn zu holz erzählen wusstet ihr das holz in china oder in japan zu den die haben wir in der waffen gibt es ja auch elemente wie uns feuer wasser erde luft ist china gibt es in china auch elemente das ist nicht feuer wasser luft sondern da ist metall dabei und holz und sowas wusstet ihr das wahrscheinlich schon aber egal jetzt wisst ihr es oh ja so eine gestellte lache und einen fluss ich ertrink wohl auch nicht ja ich brauche diese axt noch auf und dann werden wir uns wieder oder zur hälfte und ein bisschen halt noch also nicht ich finde wir haben eigentlich schon kürbisstecks 1 2 3 fast 4 stecks ich meine mit fast 4 stecks holz sind 16 stecks bretter hier sind kürbisse nehme ich dann auch gleich mit die wölfe merke ich mir auf alle fälle das sowas ist cool wenn man sowas von der haustür mal hat oder im haus drin ich finde das hat ziemlich nett ja bevor ich dann die brücken weiterbau werde ich echtes feld mal erweitern ich glaube das ist jetzt ist jetzt schon so weit doch ja auf alle fälle feld erweitern ich mache das noch händisch jetzt zurzeit mache ich es noch händisch später dann irgendwann mal wenn ich mich irgendwo anders aufbaue zum beispiel ein größeres hausbau wenn ich echt den platz bräuchte würde ich dann natürlich farms bauen wir schon mit pistons und so dass ich mir beim ernten leichter tue aber zurzeit finde ich ist da nicht der bedarf da dass ich jetzt schon so ein fällchen brauche eigentlich nicht das baue ich dann wirklich erst wenn ich auch kartoffeln und karotten hätte dann kann man das ein bisschen kombinieren so ja ein stack mache ich jetzt noch voll den ihr dann schlechten dann werden wir uns auf den heimweg begeben wenn ich also wald noch auswendig als die mich gerade ziemlich ungezählt ab aber das müsste glaube ich schon gehen ach von hinten einfach die kaputten bäumen nachgucken wenn wir diesen baum noch mit und dann schleichen wir uns wieder so der so über den fluss ach ja das weit genug weit genug machen wir doch noch voll zack 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 unseren bauch mit kekse voll stopfen gesunde ernährung und so wahrscheinlich schlafen gehen wo steht die sonne ach schlafen gehen auch noch nicht laufen gehen brauchen wir nicht da kommen wir jetzt noch am gleichen tag schön zurück hoffe ich nie umgekehrt so das kommt hier rein ja das ja auch brauche ich ja nicht gut bewegen wir uns langsam zurück und langsam bewegen uns schnell zurück damit wir noch vor sonnenuntergang und so wieder in unserem heim befinden hier sind schafe auch merken ach ja hier kann ich mich noch erinnern und ist da drüben müsste dann mein häuschen sein ja ich gehe einfach mal da lang wenn ich es nicht finden würde könnte ich ja immer noch in den game mode wechseln das geht ja immer da fehlt jetzt noch ein chunk aber ich habe so nahen sumpf sumpf bei mir das gefällt mir nicht ich mag sumpf nicht ach ist aber auch egal wie findet ihr eigentlich das dass man jetzt im sumpf nachts über dass das slime spawnen wenn ich meine meinung dazu abgeben müsste müsste ich ehrlich sagen ich finde es ein bisschen billig denn stick pistons waren in den vorherigen versionen echt so dass man sagte ein stick piston habe ich nicht so schnell und jetzt sage ich passt ich suche mir einen sumpf auch eisen brauch stein brauch holz stick passt also wirklich irgendwie keine herausforderung mehr was ist das was ist da eine herausforderung jetzt ins dicke pisten zu erbauen 0, josef echte jetzt 0, josef so hier wenn wir uns wieder weiter aufgraben so viel platz wie ich jetzt hier noch ab steinschauflauf brauchen hier werden wir es dann ein bisschen schöner machen genauso dann muss ich mal diesen fleck hier abheizen sieht doch auch schon nichts mehr schön aus aber hier will ich gar nicht mehr dass noch irgendwas nachkommt wollen wir hier dann noch die stallungen hin dann bin ich schon ziemlich zufrieden haben sich auch noch ein bisschen schöner machen und sowieso mal hier ein bisschen min es wird ja oft von zeiten gesagt so hier wie ich jetzt wohne auf einer weide ist es so langweilig und da gibt es nichts und sie zu langweilig aus und so fahre aus aber man muss auch sagen es sieht jetzt vielleicht am anfang noch etwas fahre aus das langweilig etwas öde ja vor allem würde ja aber dass da kommt ihr noch was das ist doch noch nicht alles leute ich brauche ja noch sachen hin vergesst das doch bitte nicht ist doch das wichtigste ich kann mir schon ein bisschen platz lassen ist doch schön findet ihr nicht ich finde das ist schon schön hier viel platz hat ein platz ist echt was schönes und auch was wichtig ist wenn ich ehrlich bin bin ich jetzt ganz nett wenn ich hier ein bisschen platz habe so hier wenn wir ein bisschen den dirt weg graben dann werde ich die zäune machen wenn wir das angehen und hier habe ich dann noch schön platz ach wo ich den stall hin baue ach das weiß ich doch noch nicht ach dass ich mich sehe ich mich noch um da bin ich schon einen platz für jetzt wird es finden sie finden sie zack ein teil schon wieder erledigt jetzt gehen wir mal zurück ich glaube hier passt der stall ganz gut hin ja so herr wenn ich mal hier ein bisschen putzen dann ja doch 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 den baue ich hier hin der würde mir echt gefallen da vorne ist ja gleich wüste ich glaube ich weiß auch schon wo ich meine kühe her bekommt jetzt werden wir mal wieder in unserem bettchen schlafen das ist ich kann euch jetzt mal einen grund erzählen warum ich ein bettchen im zweiten stock baue er beziehungsweise im ersten nicht im erdgeschoss und zwar hat das folgenden grund ich bin nicht weit genug weg von monstern wenn ich mal welche anlocken würde angenommen mehr rennen hier 100 zombies nach und ich musste in einem haus flüchten habe ich hier erstens mal sicherheitsschleuse und nennt hintereingang also ich komme von ihren seiten rein ist auch wieder vorteilhaft ist ich wollte ein bisschen nehmen und wenn hier ein zombie steht steht der weit genug weg von mir dass ich immer noch schlafen geht haben und jetzt werde ich mal den bambus wieder ernten der wächst ja schon die höhe hier so ernt 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 bin ich gespannt wie viel da jetzt dann rauskommt ich glaube ansehen tue ich da mal keinen mehr sicherlich nicht mehr da kommt echt schon viel daraus was sich massig und heraus achten soll es muss ich ja auch noch einladen und zwar nämlich mir auch noch machen so da ließ oder 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 ließ so was hat der nachteil jetzt ist jetzt wo ich wiederum habe und keks esse der nachteil ein keks sind ist folgender sie sättigen nicht so lange also man bekommt wenn man den keks ist sofort wieder hunger muss man öfters essen aber ich finde sie stabilisieren besonders anfangs ist jetzt doch ewig bei mir ist auch für einen kleinen hunger ich muss ja nicht immer gleich ein brot fressen und sagen mir fehlt ein hunger und ich bin fast am verrecken und ich will mich aber heilen und das funktioniert jetzt so nicht mehr und ich bin ja auch kein cheater ich stelle nicht auf peaceful jetzt gleich dann muss ich irgendwas essen und es ist irgendwie mein brot doch schade oder mein fleisch später natürlich fleisch wenn ich da jetzt extra fleisch verwende für ein bisschen hunger das finde ich wäre irgendwie schade drum mittag schon wieder hier ist tinte das finde ich so geil ich habe ihr so gesagt eine tintenfarm dann hier spawnen tintenfische die verpacken sich hier hoch und ja sterben wenn ich ganz witzig wenn ich echt ziemlich witzig und das ist ein bisschen eine scheiße bei zucker also ich habe schon wieder bambus gesagt das tut mir echt leid ich sag immer bambus zu dem zeug das ist kein bambus das ist zuckerrohr aber es ist sieht aus wie bambus und es ist bambus ist es aber nicht so der lehne so 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 und hepper hopper machen wir ein kleines rate spiel wie viele stacks zuckerrohr habe ich in meinem inventar